So Leute, herzlich willkommen zurück. Wir wollen jetzt in dieses wunderbare Gebäude hier irgendwie eindringen. Da haben wir hier oben bedenkt. Warte denn das? Oh, ein Grab. Ach, echt? So, Hundehütchen. So, ich habe auch gesehen, da waren drei, ne? Ah ja. Da, da. Tja. Ah. Vielleicht ein Schafel. Lass mich mal mit der Schafel kicken. Ach, echt? Oh mein Gott. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Soll ich mich reinbuddeln oder wat? Das sind wir die allergalschen Leute, da sind wir die. Oh man. Was ein Rotz. Das ist natürlich wieder stressig hier Leute. Das gefällt mir wieder alles nicht. Ich möchte einfach nur da rein in Sicherheit. Ach so. Ich hab da schon alles, der Sucht hier. Dann gehen wir mal kurz fragen, wie es der Kleinen geht. Pfff. Genau. Ach du Scheiße. Nein, glaub ich auch nicht ein Hamster, der ist süß und goldig. Das ist da hinten, das ist nicht süß, das ist einfach nur Scheiße. Ich bin jetzt auf dem Tua. Wie sieht er aus? Ich bin gut. Du bist nicht gut. Du hast wiederholen deine Wunde. Du verlierst dein Blut. Und Gott nur weiß, was er in da ist. Es könnte sein. Es könnte sein. Es könnte sein. Es könnte sein. Nein, aber du musst wirklich arbeiten auf deinem Bett. Ja. Ich versuche nicht zu worry. Es sieht immer schlimmer aus, als es wirklich ist. Aber wenn es ein Biss ist. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, ja, das bleibt doch mal geschmeidig hier. Ich würde ja alle gar essen. Essen mir vielleicht ein paar Penner. Alle gar voll da rumpöbeln. Ich würde ja auch zerstören. Ich würde ja auch mal so ein bisschen ausprobieren. Ich würde ja nicht etwas sagen. Ich würde ja auch mal gut machen, das ist ja die ganze Zeit. Ich würde ja auch mal so ein bisschen mit dem Weg finden. Aber ja, wie soll ich da einen Weg rein finden? Leute, 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 reinbuddeln kann ich mich noch lange nicht. Äh, kommen wir, wie es bei ihm aussieht. Achso. Ben! Ja? Nix. Was ist das für eine Assi-Aktion, Junge? Toll. Stehen wir da rum, ne? Keiner hat noch so... Blasen-Schimmer. Wie wir da reinkommen sollen. Äh? Ja, toll, verdammt. Ach, was. Ah, vielleicht ist es gelernt. Es ist, wie es eine Art Pett-Tür hier ist. Ich habe es schon versucht. Das ist auch lockt. Wer hat denn noch nie gehört von einem lockten Pett-Tür? Ich habe. Mein Nachbar ist nicht so wie das. Es ist radio-controlled. Der Pett hat eine Körle mit einem Chip in es, also die Pett hat nur öffnet, wenn der Pett liegt. So, die Pett hat nur öffnet, wenn der Pett liegt. Guck mal, was er da oben im Hals hängen hat. Hey, be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Ja, da, hier. Ja, da, hier, hier. Oh, was ist Barry down there? Oh, 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 oh. Genau. Setz dich mal zu den beiden hier. Und ich kann nur hoffen, dass der Hund wirklich tot ist. Ich kann nur nicht. Ich kann nur das nicht. Okay, das ist nicht okay. Du bist okay? Ich bin okay, honey. Das ist nur das. Du hast sicher, dass du... Ich sagte, ich bin okay, okay? Ja. Na, ich wollte eigentlich wieder zupuddeln. Ja, was soll's. Ich wollte nur die Clementine. Eigentlich. Ja. Na, Clementine. Das Geräusch ist nicht gut. Dann wird halt wieder die Clementine reingesteckt. Ich glaube, ich kann... Ich weiß, ich kann... Ich weiß, ich weiß, ich kann... Ich weiß, ich weiß, ich kann... Clem, bist du okay? Sag was. Ja, das war vielleicht gut, nur das Problem ist, das nächste Mal könnten wir vielleicht vor das absprechen. Und immerhin haben wir keinen blassen Dunst, was da drin war. Oder ist. Oder sein wird. Oder was kommt. Ich weiß vielleicht, ich glaube, später haben wir da die Tür. Hallo. Ich verkaufe Kekse für die Pfadfindergruppe. Glühwürmchen. Das sieht aber nicht aus, bro. Ja. Warum eigentlich Radio? Das ist ein Funkgerät, Leute. Ja. Ja, das ist natürlich irgendwie... Vielleicht wollten sie aber auch nur genau, dass wir in dieses Haus hier reingehen, ne? Keine Angst, so wie wir gesehen haben, sind ja nicht mehr viele Leute, die Boot steuern können. Das Haus ist sicherlich, zumindest. Ich fühle mich besser, wenn wir das wissen, sicherlich. Wir müssen die ganze Haus checken. Okay, okay. Du und ich werden die drüben gehen. Lee, du hast es hier. Sicher, dass du jede Tür bemerkst, verstehst du? Okay. Kann ich mir helfen? Was, wenn es noch eine drüben Tür gibt? Ich denke, dass du genug genug bist für einen Tag, Kind. Warum solltest du sehen, ob Kristin und Omeed etwas brauchen, okay? Okay. Eigentlich könnte sie ruhig mitgehen, oder? So, hinter allem nachschauen. Ist da jemand drin? Nö. So. Ist da jemand im Wasserhahn? Nö. Alles tot, alles im Arsch. Oh je. Der arme Hund. Er ist... Entweder ist hier schon mal geplündert worden, oder... ...die Leute... ...haben... ...sich hier... ...alles weggeschwart. ... ... Genau. Und sind mittlerweile verhungert, das weiß man natürlich nicht, ne? So. Achso, das ist die Tür nach außen. Ja, sag's doch mal gleich hier! Woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn das wissen? Da geht's nach oben. Ich muss aber unten schauen. Ich muss unten Lucky Lucky machen. Ja, ja. Gott, ihr liebe Leid und Kerbegescht! Was? Was? Was hat passiert? War nur... Äh, Lappe. So. Im Wandschrank ist mal nix. War Harz. Voll Kasper-Modus. So. Das ist noch ne Tür. Lass mal ein bisschen schauen, was ist denn das da? Ein Bild. Nein, irgendwie nicht so, ne? So. Erst mal die Tür. Das ist noch ne Wandschränke. Sag mal, wie viele Wandschränke hatten die hier? Nur noch eine einzige Tür. Das ist die letzte Runde. Sieht so, dass der drüben ist. Sieht so, dass der drüben ist. Na? Wir müssen schon irgendwie... ...klappen. Na? Wir müssen schon irgendwie... ...klappen. ...klappen. Nein. Ich habe nur gefragt, Clementine, ob sie weiß, wer der drüben ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was er will? Geh, Clem. Es ist okay. Du bist nicht in einem Problem. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, dass er uns nicht will. Was er mit dir sagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich meine Eltern gefunden habe. Und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich gut. Ich glaube, er will mir helfen. Clementine. Honey, glaub ich mir. Das ist nicht das, was er will. Er... Lee? Lee, du musst hier jetzt aufstehen. Was ist falsch? Es ist Kenny. Was? Toll. Er ist da? Ich kann ihn nicht runterkommen. Bleib hier. Ja, genau. Bleib du mal hier. Ich tue mir das natürlich wieder ganz allein an. Logisch, ne? Ich habe ja sonst keine anderen Hobbys. Wollt ihr mich verarschen? Kenny? Junge! Kenny! Kenny? Kenny? You okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, so ein bisschen. Also. Jetzt verhungert. Genau, du schaffst das. Du bist ein großer Mann. Du hast... Eier in der Hose oder was auch immer. Ich weiß aber... Komm. Er muss es nicht tun. Wenn sein muss, mache ich selbst. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Er schießen oder erschlagen? Ja. Ich würde sagen, auch wenn es zu laut ist. Lieber erschießen. Ich bin sorry. Auch wenn er schon tot ist. Man weiß ja nicht, was er noch... Ob er noch irgendwelche Schmerzen empfindet. Wir sollten ihn verraten. Ich werde ihn verraten. Ich tue ihn nicht. warte. leide die ganze arbeit erledigen und die entscheidungen treffen und da kenne total fertig mit der welt ist würde ich sagen bekommen beim hund es ist scheiße traurig irgendwie immerhin ist er bei seinem hut bei seinem dog wie immer der gehälter dings mit weh da muss er pudel nicht vor die klemmter sieht ja glaubt nicht noch ein letztes mal angeguckt und jetzt zuschaufeln ei karamba mein herz was zum hey hey who are you what the hell do you want from us lee what's going on so someone standing there by the fence watching us tja tja vielleicht war das ja auch am funkgerät eine frau eine starke raugerin das kann natürlich auch sein was all die ruckus lee saw someone watching us from outside was who can't be sure they ran off before i could get a good look i don't like this one bit not one bit me either walkers are one thing but the thought of someone out there actually stalking us all right that's it we stuck around here long enough it's time to get back on track time to get down to the river and find mhm 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 liegt vielleicht dran, dass es Hafen schon heißt, aber ich meine, er hat gemeint, da wäre eine Yacht oder Yachthafe, Gott, bin ich müde, ich stunde Scheiße. Nicht glotze, lave. Wir wollen ein Boot holen. Wir möchten uns ein Boot schnappen, ihr lieben kleine Leute. Mordsstimmung hier, muss ich echt sagen. Aber ich würde sagen, das Boot holen wir uns erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.